Bundesliga Der FC landet einen ganz wichtigen Sieg gegen Bayer Leverkusen und ist damit nicht mehr Schlusssicht der Bundesliga. Die Gäste müssen dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Die 1. FC Köln wittert im Abstiegskampf der Bundesliga wieder Morgenluft. Durch einen hochverdienten 2-0-1-0-Erfolg in einem hitzigen Rheinischen Derby gegen Bayer Leverkusen verließen die Geisböcker erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder den 18. Platz und übergaben die rote Laterne des Tabellenletzten an den Hamburger SV. Durch seinen fünften Saisonsieg verkürzte der FC den Rückstand auf den Relegationsplatz und den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf 5 Punkte und darf wieder vom Wunder träumen. Die Werkself erlitt dagegen im Rennen um den angestrebten Champions-League-Platz einen empfindlichen Rückschlag. Juha Osako, 9. und Simon Zoller, 69. erzielten die Tore für die Kölner, die in den restlichen sieben Saisonspielen noch den sechsten Abstieg in der Vereinsgeschichte abwenden wollen. Bayer, das sich bereits in der 33. Minute durch einen Platzverweis von Lucas Alarie selbst schwächte, enttäuschte auf der ganzen Linie. Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion kaufte der FC dem Erzrivalen vom Startweg den Schneid ab. Lefe Cousen, das auf seinen Kapitän Lars Bünder und Torjäger Kevin Volland verzichten musste, wirkte völlig verunsichert und suchte vergebens nach einem wirksamen Konzept gegen die teilweise wie entfesselte aufspülenden Kölner. Die erste gute Gelegenheit hatten die Hausherren bereits in der sechsten Minute durch Leonardo Bittencourt, der nach einer schönen Kombination mit einem Schuss von der Strafraumgrenze aber Nationaltorwart Bernd Lenovo keine großen Probleme stellte. Drei Minuten später leitete der überragende Bittencourt mit einem präzisen Pass die Führung durch Osaka ein. Lenovo zwar noch am Ball, konnte den vierten Saisontreffer des Japaners aber nicht verhindern. Beflügelt von der frühen Führung setzten die Kölner den Favoriten weiter unter Druck und stellten die nicht immer sattelfeste Bayer-Abwehr vor große Probleme. Die Mannschaft von Trainer Stefan Rüttenbeck verpasste es lediglich, sich mit dem zweiten Treffer zu belohnen. Nach einer guten halben Stunde leistete sich Alario einen brutalen Ellbogen-Scheck gegen Dominic Marot. Nachdem Schiedsrichter Harmos Möss sich die Szene noch einmal auf dem Bildschirm angeschaut hatte, zeigte er dem Argentinier zu Recht die rote Karte. Leferkusen hatte in Unterzahl den Kölnern noch weniger entgegenzusetzen als zuvor. Das Team von Trainer Heiko Herrlich agierte unkonzentriert, auch von Shooting Stallion Bailey war kaum etwas zu sehen. Die Gastgeber, bei denen unter anderem Golgetter Sim und Herrode wegen muskulärer Probleme passen musste, hatten auch in der zweiten Hälfte weitgehend alles unter Kontrolle, gingen aber mit ihren Chancen verschwenderisch um. Die herausragenden Osaka und Bittencourt ließen zunächst gute Möglichkeiten ungenutzt, ehe Zoller mit seinem zweiten Saisontour nach einem groben Fehler von Charles Arangitz im 62. Derby den ersten FC-Sieg gegen Bayer seit November 2015 sicherstellte. Leferkusen hatte lediglich durch Julian Brandlach eine gute Gelegenheit in Hälfte 2. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.